Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Weepster Podcast mit mir, Saoru und Ontan. Was geht ab, Freunde? Ontan hier. Das Thema, was wir uns heute ausgesucht haben, ist Shonen gegen Seinen. Das sind zwei Manga-Genres. Die meisten von euch werden mindestens eins davon kennen, wenn ihr das hier hört wahrscheinlich sowieso. Und Ontan hat sich freiwillig angeboten, mal zu erklären, wo denn der grundlegende Unterschied dazwischen liegt. Und vielleicht erklärst du auch direkt, wie wir auf die Idee gekommen sind, das überhaupt zu vergleichen und zu einer Folgenthematik zu machen. Yes, auf jeden Fall. Also das Ding ist, dass die meisten Leute in Deutschland auf jeden Fall wissen, was Shonen ist. Das ist das, was One Piece, Bleach, Naruto und sowas eben repräsentieren. Das sind Anime und Manga, die speziell für Jugendliche und Kinder erstellt wurden. Das ist das, was eben den ganzen Westen erobert hat. Das ist das Genre eigentlich, oder? Man würde sagen, ist es auch faktisch das erfolgreichste Manga-Genre wahrscheinlich, oder? Das ist faktisch das erfolgreichste Manga-Genre, mit großem Abstand sogar. Und die Alternative, sagen wir mal dazu, oder Seinen ist eben das, womit wir das heute vergleichen. Und Seinen ist quasi schonend für Erwachsene. Das ist quasi das Erwachsene-Äquivalent dazu. Und diese zwei Genres, sagen wir mal, das sind ja eher Demografien als Genres, wollen wir heute mal so ein bisschen gegenüberstellen, weil das eben immer so eine Debatte ist. So Deutschland kommt gerade erst so ein bisschen ... In den Seinen-Modus. In den Seinen-Modus. Da möchte ich jetzt direkt ... Ich würde mal sagen, ich biete mich mal an, dass ich jetzt den nicht unerfahren möchte ich nicht sagen, das klingt ein bisschen böse. Ich spiele jetzt mal so ein bisschen den schonenden Verfechter und grätsch dir direkt ins Wort. Und dann versuchst du mich mal auszuhebeln. Und dann würde ich dir nämlich sagen, hey, aber schonend sind nicht alle für Kinder. Und One Piece hat auch eine sehr erwachsene Message, aber man muss sie halt verstehen. Naja, also ... Ja, schonend sind schon alle für Kinder im Prinzip. Du hast wirklich krasse Ausbrecher. Du hast richtig, richtig krasse Ausbrecher. Und das Ding ist, es geht ja nicht nur um die Brutalität oder um die Gewalt oder darum, dass du 18 plus sein musst, um einen Seinen zu schauen oder zu lesen. Sondern es geht vor allem auch um eine kompliziertere, detailliertere und vielschichtigere Erzählweise, die bei Schonen absichtlich nicht angewandt wird, damit es auch wirklich jeder versteht. Und teilweise sehen Dinge krass komplex und welterklärt aus, wie zum Beispiel One Piece manchmal. Aber im Vergleich zu einem guten Seinen ist das nicht komplex, wenn wir ehrlich sind. Wo ich jetzt tatsächlich, also aus meiner Sicht gesprochen, ich hab ja, wer die letzte Folge hört, der weiß Bescheid. Ich hab ja so ein bisschen meinen Werdegang erzählt, seit ich neu im Manga-Game bin. Und wo ich herkomme, ist, ich hab mit Chainsaw Man, was ein Schonen ist, können wir eigentlich sagen. Können wir aber auch gleich nochmal drüber reden, weil da hab ich eine sehr differenzierte Meinung zu. Hab ich angefangen und bin eigentlich seitdem, bis auf One Piece, was mir ja immer regelmäßig geschenkt wird, eigentlich nur Seinen am Lesen. Das heißt, ich lese Monster, ich lese, ich hab Gute nach Pumpen gelesen, hab Monster gelesen, hab Berserk gelesen, hab 20 Sentry Boys. Ist das eigentlich ein Seinen? Ich würd schon auch eher sagen, ja. Ist ein Seinen, ja. Also sehr untypische Herangehensweise. Ja, sehr, 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 sehr seichte für einen Seinen tatsächlich, würd ich sagen. Also von der Brutalität her, ne? Ja, klar, ja. Und, äh, ja, das ist jetzt so mein Grind und deswegen habe ich bemerkt, weil ihr seid ja alle super und ihr schickt mir ja andauernd irgendwelche Kommentare mit, lies das, lies das, lies das, lies das. Und das, äh, meiste, was mir vorgeschlagen wurde aus der schonenden Ecke, war beispielsweise, hey, warum hast du noch nicht Bleach gelesen? Oder, hey, kannst du Eisen gegen Griffith raten? Das krieg ich andauernd, solche Kommentare. Und ich glaub, Ontan auch. Ähm, und ich hab mit Ontan schon mal drüber geredet und hab gesagt, Bro, ich mein's gar nicht böse, deswegen machen wir auch diesen Podcast, um die schonenden Daseinsberechtigung zu klären, was ist eigentlich geiler so. Aber ich, ich, ich weiß gar nicht, ob Leute den Unterschied so richtig in der Masse verstehen oder ob sie verstehen, dass wenn ich jetzt Eisen aus, 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 aus Bleach gegen Griffith aus Berserk ohne irgendwas zu spoilern ranken würde, das ist unfair. Das ist, als würdest du mich fragen, äh, rank mal, ob Son Goku Ash in einem Faustkampf besiegen würde aus Pokémon und so. Das ist halt, also, das ist nicht abwertend gegen Bleach oder gegen das Shonen-Genre gemeint, aber Shonen sind ja darauf ausgelegt, dass, äh, erstens, wie Ontan schon gesagt hat, Kinder sie ein bisschen verstehen sollen, das ist rein marketingtechnisch das erfolgreichste Genre und wenn was marketingtechnisch das erfolgreichste ist, kannst du schon davon ausgehen, das ist sehr wahrscheinlich nicht das komplizierteste. Das ist auch mit Apple-Geräten so, das ist mit allen Sachen so, die marketingtechnisch krass funktionieren, die können gar nicht so kompliziert sein, weil sie sollen ja die ganze Masse ansprechen und einfach sein. So, und ich will gar nicht diskutieren, klar, One Piece Lore ist anders kompliziert. Das ist, äh, anders kompliziert, aber die Aussage, die Grundaussage ist schon eine viel, viel, viel deepere, man macht ganz, man hat ganz andere Erzählmittel und Strukturen, um das erreichen zu machen, was man sagen will. Und, ähm, klar, wenn wir jetzt von einem, von einem Doflamingo aus One Piece mitnehmen, hey, äh, ich, äh, will einfach nur, dass der Stärkste bestimmt was wahr ist, oder so, das ist eine deep Geschichte, klar, aber wir gehen auf ein ganz anderes Niveau. Weißt du, was ich sage? Komplett. Ich möchte mal zum Beispiel ein Beispiel nennen jetzt, also viele, es ist immer so, dass jeder weiß, was ein Shonen ist und jeder kennt Haufen Shonen-Beispiele und qualitativ hochwertige Shonen, bei seinen ist es eben nicht so, aber nur mal so als Beispiel, wenn wir jetzt schon drüber reden, One Piece hat ein Timeskip. 20th Century Boys, äh, auf, auf tausend, über tausend Kapitel. Ich glaub, fünf. 20th Century Boys hat vier Timeskips auf 130 Kapitel. Also ich glaub, wir gehen einmal von, von 1970 auf 1971, dann gehen wir auf 1997, dann gehen wir auf 2000, dann gehen wir auf 2013 und auf 2015 nochmal und dann nochmal, also, keine Ahnung. Das ist krank. Eigentlich, äh, ja, und. Und man jumpt die ganze Zeit hin und her, das ist absolut komplex im Vergleich zu One Piece. Eigentlich vielleicht noch ein besseres Beispiel, weil es vielleicht bekannter ist als, äh, 20th Century Boys, das ist wirklich. Bei 20th Century Boys hab ich das Gefühl, wir kennen das und, äh, wir fühlen das, aber, sind wir ehrlich, da wird in einem Jahr jeder drüber reden, aber aktuell ist das vielleicht noch nicht so das, äh, so das Ding, weißt du, da ist jetzt eher Monster so am, am, äh, kommen. Und deswegen, populäres Beispiel, Gute Nacht Pumpun. Gute Nacht Pumpun lebt von seinen Timeskips. Das Ding hat in, äh, wie viele Bände hat's? Elf? In, oder? 13. 13. In 13 Bänden hat Gute Nacht Pumpun auch sechs Timeskips, sieben, ich weiß es nicht, also, und es braucht diese Timeskips auch, um eine sehr, erwachsene Geschichte zu erzählen, und jetzt kommt's nämlich, die Story von Gute Nacht Pumpun ist einfach nur ein random, ganz normales Leben von einem kleinen Jungen, auch hier ohne irgendwas zu spoilern, der definitiv aus einem toxischen Umfeld kommt, psychische Probleme entwickelt. Das ist keine besondere, das ist, das passiert in Deutschland wahrscheinlich jedem fünften Kind, also jetzt dumm gesagt, ist übertrieben, ist nicht wirklich so, aber schon sehr vielen Kindern, ähm, und trotzdem ist es so viel aufregender, beziehungsweise tiefsinniger, als, als, äh, teilweise Werke im Schonenbereich, die eine ganze Palette an, an Möglichkeiten haben, die Aliens haben, die Superhelden haben, die andere Planeten haben. Das ist ein ganz anderes Level der Erzählung, und ich kann mir aber vorstellen, dass Leute, die Schonen sehr gerne mögen, und vielleicht das deren Lieblingsgenre ist, die lesen Pumpun und denken sich, was ist das für eine langweilige Scheiße? Klar, das ist, äh, Popcorn Entertainment verglichen mit Realitätskritik oder so, weißt du, wie ich meine, das ist, das ist wie wenn du Doku mit, äh, Transformers vergleichst, fast schon manchmal, also, du hast ja generell alles, in Schonen und in Seinen hast du jeweils alles abgedeckt, aber, es geht eben darum, wie, ich würde sagen, ich würde, ich würde sagen, es gibt so ein paar grundsätzliche Dinge, wo man sagen kann, die machen Seinen einfach besser. Erstens hast du viel weniger diese Stützräder, an die du dich halten musst, was du nicht machen darfst, wo du nicht übertreiben darfst, und dass du es unkompliziert halten musst, und, äh, was war nochmal mein Punkt? Und andererseits, äh, verlangt man von Seinen auch viel mehr Qualität, sehr, sehr viel mehr Qualität. Da ist eine ganz andere Erwartungshaltung drin, also, wenn ich jetzt, wenn ich weiß, Mitte Oktober, ähm, also, wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich gerade passiert, oh mein Gott, ich bin aufgeregt, ist das neue Besorger-Kapitel erschienen, da habe ich eine ganz, ganz andere, äh, bei Besorger nochmal, weil es gerade ein ganz anderer Umstand ist, da habe ich eine ganz andere Erwartungshaltung als beim nächsten One-Piece-Kapitel, auch wenn das gerade auch auf seiner Peak ist. Der Punkt ist einfach, ähm, das klingt jetzt die ganze Zeit so, als ob wir sagen, Schonen sind für Versager oder für Kinder oder schlecht, aber das ist gar nicht der Punkt. Ähm, um vielleicht mal einen Bogen zu Comics zu schlagen, ich habe ja sehr, sehr viel Comics gelesen in meinem Leben, und, äh, ich habe einen befreundeten Buchhändler, der auch, der, der liest Comics seit 1970, der ist auch schon ein alter Dude, und immer, wenn ich so ein Batman-Comic mitgenommen habe, auch wenn das jetzt ein deeper Batman-Comic war, die Bekannteren, wer jetzt nicht mit Comics auskennt, ist nicht schlimm, aber es gibt Comics wie Killing Joke, die halt sehr ikonisch und sehr, sehr deep sind, auch mit der Aussage, krass, aber dann hat er immer gesagt, ach, du liest heute seichte Kost, und das ist gar nicht schlimm, also, manchmal will man auch was lesen, wo man nicht die ganze Zeit über den Sinn des Lebens grübeln muss, und dann ist vielleicht ein Seine nicht so geil, also, und genau so ist es bei der Comicwelt, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit Sandman lesen, wo ich um 80 Ecken denken muss, und mir denke, ach du Scheiße, meine Existenz wird in Frage gestellt, manchmal will ich halt einfach sehen, wie Superman jemanden verprügelt, so, weißt du? Ja, exakt, so ist es, das ist genau wie mit Videospielen, manchmal hast du Bock auf eine Story, manchmal wirst du einfach nur, keine Ahnung, eins gegen eins Streetfighter zocken, so kann man das sagen, also, es ist nicht wirklich vergleichbar, sondern viel mehr Geschmackssache. Wenn du auch zum Beispiel sagen, Seinen ist wesentlich besser als Shonen, dann ist das auch kein Richtwert, das ist einfach, was uns beiden gefällt, und was unser Anspruch ist an diese Geschichte. Weil wir auch erwachsene Männer sind, also quasi uns trifft diese Demografie halt perfekt. Ja, ich würde als 13-Jähriger, hättest du mir da Pumpon hingelegt, hätte ich gesagt, okay, 13 war schon ein bisschen emo mit 12, hättest du mir Pumpon hingelegt, hätte ich gesagt, ach du Scheiße, was soll das, Alter? Also, ich weiß nicht, wenn Kind, deswegen ist es ja auch für Erwachsene, gibt es eigentlich auch ein Frauen-Äquivalent? Es gibt ja Shonen und Shoujo, gibt es auch, was ist das? Jose, glaube ich. Ach krass, den kenne ich gar nicht. Ich bin mir gar nicht sicher, aber gibt es auf jeden Fall. Jose heißt es, glaube ich, dann für erwachsene Frauen. Das ist der neue Trend 2024, vielleicht sollen wir uns das mal reinziehen. Was wir auch noch sagen müssen unbedingt, dass über die letzten, sagen wir mal, 30 Jahre vermischt sich das Ganze immer mehr. Also, es geht nicht in die Richtung, dass man noch mehr separiert, sondern eher in die Richtung, dass sich das Ganze vermischt. So, bestes Beispiel Chainsaw Man. Das, jetzt hast du mir einen Punkt vorweggenommen, über den ich definitiv diskutieren wollte und den auch Leute, wenn sie das hören und nicht so im Bilde sind, wahrscheinlich als Punkt bringen werden. Weil wir werden jetzt sagen, Death Note, Chainsaw Man und Attack on Titan sind alles drei Shonen. Und jetzt würde ich dir sagen, Death Note, Attack on Titan und Chainsaw Man sind aber alle drei wesentlich heftiger als Naruto. Und ich würde auch alle drei keinen Zwölfjährigen zeigen, eventuell, je nachdem, wie weiter es ist. Ich meine, ich habe auch Zehnjährige in meinem TikTok-Kommentar, die sagen, ich habe Attack on Titan komplett gesehen, aber ich würde meinem zehnjährigen Kind nicht erlauben, Attack on Titan komplett zu sehen. So, also, und da haben wir ja existenzielle Fragen, gerade in Attack on Titan, ohne jetzt krass irgendwas zu spoilern, aber da haben wir sehr viel Hinting auf den Zweiten Weltkrieg, da haben wir sehr viel Symbolik drin. Und da muss man ja sagen, ist das noch Shonen? Oder ist das schon Seinen? Ich würde fast schon einen neuen Begriff dafür einführen wollen, sagen, das ist Semi-Seinen oder sowas. Also, es ist, weißt du, was ich sagen will? Ja, safe. Also, das ist ja auch nicht, um das wirklich zu kategorisieren, was die Japaner da machen, sondern das ist nur, welches Magazin du dir schnappst. Aber ich weiß voll, was du meinst. Es ist, also, wie soll ich sagen? Attack on Titan ist qualitativ einfach seinen Niveau. Weißt du, wie ich meine? Die Ansprüche, die sind seinen Niveau. Attack on Titan ist auch von der Aussage, also von dem, was es sagen will. Von der Brutalität und so. Von der Brutalität, von der Deepness, da fliegen Körperteile weg. Also, das ist auf einem, jetzt nicht auf dem gleichen Niveau, versteht mich nicht falsch, ich will jetzt keinen Vergleich ziehen, der absurd ist, weil Bersorg ist mein absoluter Lieblingsmanga. Aber es ist in manchen Teilen eher an Berserk dran, als an einem One Piece oder Naruto, würd ich jetzt sagen. Und dann ist halt, also, vor allem von der Absurdität teilweise, was du da siehst. Also, ich mein, das ist ja auch so ein psychologisches Syndrom, wenn du Monster siehst oder so. Deswegen wusstest du, jetzt mal kurz, es wird gleich Sinn ergeben. Weißt du, was das meistgehasste Pokémon der Welt ist? Das Gruseligste, was alle am meisten hassen, wurde in weltweiten Umfragen zum ekligsten Pokémon gewählt. Weiß ich nicht. Pantimos. Weißt du, warum das so ist? Weil das Ding scheiße, gruselig ist. Und es gibt ein psychologisches Phänomen, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, ihr könnt es gerne googeln, das sagt, wenn Sachen menschlich aussehen, aber offensichtlich nicht menschlich sind, dann gruseln die uns auf eine ganz andere Ebene, als wenn das einfach eine Riesenspinne ist. Ja, man, safe. Weil, wenn auf einmal die Arme zu lang sind oder der Hals komisch oder der Kopf gedreht wird, und wir wissen, das ist nicht von dieser Welt. Deswegen finden wir auch Menschen gruselig, die wie Spinnen laufen oder so was. Weil das ist gegen die Natur, was wir da sehen. Das ist einfach verwirrend für uns. Und deswegen fand ich, als ich Attack on Titan das erste Mal gesehen habe und auch keine Sennen oder so gelesen habe, ich fand das mega gruselig, wie diese Titanen gerannt sind, wie die manchmal angehalten haben, einfach ihren Kopf gedreht haben, random irgendwo hingesprungen. Ich finde das echt, wenn du dich drauf einlässt, ist das echt gruselig. Und das ist genius. Das ist vor allem damals, Staffel 1, das war das erste Mal, bei Promise Neverland war das auch so, aber das war das erste Mal, dass ich so drüber nachgedacht habe, ohne dass die Show mich dazu gezwungen hat, so, Alter, quasi große Menschen essen kleine Menschen, so dumm gesagt. Und dann fängt man so über Veganismus an nachzudenken und so ein Scheiß. Das hat Attack on Titan voll bei mir ausgelöst. No Joke. Safe, safe. Also Attack on Titan war für mich damals, das war wie als ich das erste Mal die erste Folge The Walking Dead gesehen habe. Da fand ich es auch noch gruselig. Nach zehn Schaffeln hast du halt damit habituiert und dann ist es nicht mehr gruselig für dich. Aber erinnert euch mal dran, vielleicht, wenn ihr vorher nicht die ganze Zeit schon irgendwelchen brutalen Gorscheißer euch reingezogen habt und ihr habt das erste Mal Attack on Titan gesehen, das war doch gruselig. Also jetzt mal ehrlich, das ist doch gruselig. Es ist gruselig. Du musst dir auch geben, Attack on Titan hat ja eigentlich, kennst du das Gundam-Genre? Ja, ist das Neon Genesis Evangelion und sowas? Zum Beispiel, also Mecha quasi. Große Roboter, in denen Menschen drin sitzen und die steuern. Das ist ein Riesen-Genre und in Japan ein gigantisches Ding mit hunderten von Animes und Mangas. Ist nie wirklich außerhalb von Japan angekommen. Außer Neon Genesis Evangelion. Ja, es gibt paar kleine Ausnahmen. Aber zum Beispiel... Muss ich das eigentlich sehen? Kurz? Neon Genesis? Safe, aber liest lieber den Manga. Echt jetzt? Safe? Ja, ja, es ist Hammer. Ist mega gut. Weil ich verstehe nämlich die Memes nicht. Ich kriege auf TikTok dauernd irgendwelche Masturbations-Memes, aber ich checke sie nicht und deswegen muss ich es eigentlich schon schauen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und das Krasse ist, Evangelion ist zum Beispiel auch ein Shonen, aber würde keiner da reinordnen, der irgendwie Eva kennt. Aber worauf ich hinaus wollte, Attack on Titan ist quasi ein Gundam, aber statt Mechas hast du einfach Fleischmechas. Ja, dumm gesagt, ja. Und das ist Genius, weil du irgendwie, keine Ahnung, so zwei menschliche, so humane Mechas, die sich wrestlen, ist schon irgendwie was anderes als Mechas, die sich wrestlen. Auch, dass die nackt sind. Also, das wird zwar dumm gesagt, das ändert alles. Ach, ich weiß nicht. Auch, dass die teilweise haben die so große Köpfe. Das ist absurd teilweise, was wir da haben. Attack on Titan ist Hammer. Es ist generell, ich finde diese, dieser, dieser Zwischenschritt, so zwischen Shonen und Sign-In, so wo du wirklich eigentlich leicht durchkommst, also du wirst nicht krass gefordert und verwirrt, okay, bei Attack on Titan gegen Ende geht schon gut was ab, wo du so in der Zeit jumpst und sowas. Ey, ich sag's dir, ich sag jetzt den Realtalk, wo mir jetzt wieder die Leute, die das hören, sagen werden, der hat keine Ahnung. Ich sag, den Realtalk, ich hab bis heute Attack on Titan nicht gecheckt. Also, ich hab's ein bisschen, aber zu 90% gecheckt, aber ich bin nicht zu 100% durchgestiegen, weil da müssten wir jetzt Spoiler-Talk machen, aber für mich ist da teilweise ein Paradoxon drin, das gar nicht passiert sein kann. Aber egal, vielleicht können wir das und dann mal privat erklären. Sehe, ohne Spoiler, aber voll interessant. Für mich ergibt das alles Vollsinn der Attack on Titan. Also, es ist ein bisschen ohne jetzt, was aus, ich nehm mal ein anderes Beispiel, aus einem anderen, aus einem Szenario, das ich mir grad ausdenke. Kennst du das Großvater-Paradoxon? Nee. Okay, guck mal, das ist so ein Paradoxon. Wenn du in die Zeit zurückreist und deinen Großvater tötest, wenn er jung ist, dann kannst du ja nicht geboren werden. Das heißt, du kannst ja nicht in die Zeit zurückreisen und deinen Großvater töten. Weißt du, das ist, und da hapert's bei mir. Deswegen, da hab ich ein Verständnisproblem. Ja, das typische Dings, wenn Leute anfangen, Zeitreisen in ihre Shows einzubauen und alles kaputt machen, ich verstehe grad, was du meinst. Ich mach den Call, ich mach den Call. Es gibt quasi keine Zeitreisemechanik in ganz Fiction, die ohne Logikfehler auskommt. Würdest du nicht sagen, Steinskate hat's perfekt gemacht? Es gibt quasi keine Zeitreisemechanik in ganz Fiction, außer Steinskate, die ohne Logikfehler auskommt. Du hast recht, es gibt offensichtlich welche. Es gibt wenige, sagen wir es so. Es gibt wenige, ja. Mir fallen noch ein paar ein, ohne jetzt zu spoilern, aber Urasawa hat da auch schon noch ein paar Dinger gedreht, auf jeden Fall. Kinofilme, Realfilme, Interstellar hat's zum Beispiel auch hingekriegt. Aber okay, ja, ja, okay. Butterfly Effect, auch ein sehr guter Film zu der Thematik. Alles sehr, sehr coole, sehr coole Thematik. Aber darum soll's gar nicht gehen. Ich habe da bei Attack on Titan ein spezifisches Problem, was für mich keinen Sinn ergibt. Aber jetzt, um den Bogen zu schonen gegen Seinen wiederzuschlagen, wäre es nicht schlau. Nehmen wir an, ich hab da jetzt mein Average Big-3-Watcher und ich will ihn langsam an Seinen ranführen. Meinst du nicht, es wäre cool, ihm zu sagen, guck mal Attack on Titan oder so was und danach erst mit den Seinen zu kommen? Meinst du nicht, es ist so wie bei einer Pokémon-Evolution, und er soll erst mal Bisa-Knust werden, bevor er Bisa-Flor wird? Ja, also es gibt ja generell, zum Beispiel, ich würde keinem sagen, steig bei Pum-Pum ein in die Seinen-Welt. Finde ich irgendwie falsch. Oder ich finde es sogar bei Urasawa ein bisschen falsch, weil die Kämpfe komplett wegfallen, was für so viele einfach Anime und Manga ausmacht. Das sind auch immer die Leute, die mir in die Kommentare schreiben, Urasawa ist langweilig. Ja, genau. Ja, weil Urasawa hat, also, Daru, zu muss ich kurz, ich muss jetzt kurz und das werde ich immer wieder tun und das werde ich diesen ganzen Podcast langtun, damit müsst ihr leben. Ich werde jetzt mich kurz auf Monster beziehen. Und letztens hatte ich einen Kommentar und nein, keine Sorge, ich bleibe spoilerfrei, ich erwähne es immer wieder. Da hat mir jemand gesagt, Monster wird komplett von Johann getragen, deswegen ist es nicht gut. So ein Schwachsinn. Und ich denke mir, Johann kommt in diesem ganzen Manga viermal wirklich vor. Also so, dass er wichtig ist. Und der Punkt ist, wenn du es doch schaffst, einen Antagonisten zu entwerfen und zu zeichnen, wo du dir bei jeder Seite, die du liest, einfach nur denkst, Alter, was macht der gerade? Was macht der als nächstes? Und teilweise zwei Bände liest, ohne dass du den wirklich siehst. Hast du da nicht dein Leben zerfetzt? Hast du da nicht den geilsten Antagonisten der Welt gezeichnet? Und wo ist denn dann das Problem, wenn der sehr viel dazu beiträgt, dass sein Manga gut ist? Also ich hab den Kommentar auch bekommen, vielleicht war das sogar die gleiche Person, vielleicht auch nicht, aber es war auch gleicher Wortlaut so, Johann ist der einzige gute Charakter im Monster und so, das ist so ein Schitter. Der Kommentar war, Monster-Fans müssen einsehen, dass Monster ohne Johann nichts zu bieten hat. Und dann hab ich ihm so geschrieben, Digga, Runge, Grimmer, Eva. Jeder. Sag mir einen schlechten. Ich kenn keinen schlechten Charakter. Schau, was? Gibt's nicht. Sag mir, ey, weißt du noch, dieser Vogelmann, dieser Vogelbeobachter, Ja, Mann. Bro, Alter. What the fuck, Mann. Es gibt keinen einzigen schlechten Charakter im Monster, aber was ist das für ein Shit-Talk? Das ist, also, ihr müsst, und das, hört auf, und das ist wirklich so, und das machen ganz viele Shonen-Fans, das passiert bei einem Sand-Fan eher weniger. Hört auf zu denken, weil ihr Charaktere nicht mögt, sind sie automatisch schlechte Charaktere. Boah, se. Das ist nicht so. Also eine Eva ist ein unfassbar gut geschriebener Charakter, und ich find die von vorne bis hinten einer der krassesten Charaktere im Monster, ist ein Standing, das ich habe. So, weil die einfach ein Development durchmacht, was wild ist, und in Runge genauso. Ja, und was vor allem übelst gut nebenbei funktioniert. Das geht krass. Du musst nicht, also, in Monster, ich kann's jetzt nicht verifizieren, weil ich hab's nicht mehr genau im Kopf, aber ich bin mir sicher, dass es sehr viele Kapitel am Stück gibt, wo weder Johann noch Tenma auftauchen, also weder Antagogenist noch Protagonist, und die sind alle nicht langweilig, und die lesen sich einfach gut weg. So, also, es ist ein perfekter Cast, mir fällt kein schlechter Charakter ein, also, wenn, wenn 100% der Charaktere gut sind, was, was kann man an dem Cast kritisieren? Wenn 100% der Charaktere gut sind, wie kannst du sagen, nur Johann ist gut im, Das ist wie zu sagen, nur Griffith ist gut im Berserk, in einer Welt, wo es Gats gibt. Das kommt daher, dass Johann eben der, so, den Rampenlicht kriegt auf, was weiß ich, TikTok oder YouTube oder so, und so erleben die ja die Shows, die, statt sie zu schauen oder zu lesen, sehen sie halt, Alter, ich seh überall Johann Edits, ich hasse ihn, weil der mir die ganze Zeit im Weg rumsteht. das ist so dieses, ich will Anti-Mainstream gehen. Genau. Und das hab ich auch schon gesagt, ich geh jetzt gegen den Mainstream, bevor es überhaupt richtig Mainstream ist, dann sagen mir die Leute, Monster ist gar nicht mehr, Monster ist voll Mainstream, jeder auf TikTok redet drüber, und ich denk mir, du lebst in TikTok, geh mal raus aus deiner Bubble, Monster ist kein bisschen Mainstream, weil wenn ich auf der Straße in den Casual Manga-Laden geh, ist die Chance 99%, dass die Person nicht weiß, was Monster ist. Geh raus aus deinem Handy und guck mal auf die Welt in Deutschland, Monster ist kein bisschen Mainstream. Absurd. Was ich noch unbedingt machen wollte, ist, ich wollte für die Leute, die noch nicht wirklich ins Seinen eingetaucht sind, ein paar Shows empfehlen, was quasi, wie du gesagt hast, gute Überbrücker sind, jetzt nicht direkt full psychological. Keine Seinen, sondern dahin, auf dem Weg. Sag mal Top 3 und dann sag ich meine Top 3. Für mich, das Beste, was du machen kannst, so als Überbrückung, ist ein Seinen, äh, Vinland Saga. Das ist für mich, das ist für mich einfach das Next Level Shonen. So, das ist jetzt nicht absolut brutal und komplex, aber es ist genial in dem, was es macht und fertig. Es ist einfach quasi ein erwachsenes One Piece. So könnte man es ganz dumm in einem Satz runterbrechen. Ja. Und, und, äh, bricht auch mit vielen typischen Shonen-Sachen und erklärt, warum die in der echten Welt nicht sinnvoll sind und nicht funktionieren. Und es hat trotzdem auch noch so einen typischen Shonen-Humor, würde ich sagen. Als nächstes würde ich sagen Gans, weil Gans ist quasi... Oh, jetzt muss ich, also da, da, ganz ehrlich, ganz ehrlich, weißt du, wegen Gans, ganz ehrlich, egal. ähm, bitte, erwähne explizit, dass man den Manga lesen muss. Ja, safe. Weil ich habe den Anime abgebrochen und jetzt Real Talk, Leute, der hat 26 Folgen, glaube ich, und ich habe ihn bei Folge 25 abgebrochen. Wisst ihr, wie scheiße ihr was finden müsst, wenn es eine Folge vor Finale abbrecht und es nicht mal mehr durchzieht, die letzten 20 Minuten, weil ihr euch denkt, ne. Gans sowieso, ihr müsst den Manga lesen. Das, das Ding ist bei Gans, Gans ist eigentlich ein typischer Shonen, der aber alles machen darf, was ein Shonen nicht darf, und zwar Gewalt, äh, Vergewaltigungen, Köpfe abschneiden, äh, sämtlicher Scheiß, also Rassismus, Jusolein, Kannibalismus und sowas, das, Gans ist, ist das, wenn ihr sagt, ich will jetzt cool sein, ich will jetzt Gangster sein, ich habe keinen Bock mehr auf diese Schaumschläger in Shonen, die immer sagen, ich bring die ganze Welt um und am Ende stirbt nicht mal ein Charakter, Gans ist genau das, was ihr sucht. Das ist für mich so Shonen besser, kann man sagen. Äh, Ist ganz Zähnen? Ja, aber full, Gans ist richtig radikal. Das erklärt, warum die einfach mit einem Random Sex im Korridor haben, jetzt habe ich das gestanden, okay, ja, weiter. Äh, dann meine dritte Empfehlung, äh, ich würde tatsächlich nicht sagen Chainsaw Man, weil ich finde, dass Chainsaw Man so viel deeper Meaning hat, dass ich glaube, dass einige Leute Chainsaw Man, weil ich selber auch nicht beim ersten Mal geschnallt habe, gar nicht verstehen, wie tiefgründig das ist und dann denken, hä, ist doch ein ganz normaler Shonen. Deswegen sage ich Fire Punch. Was übrigens, wo ich mir heute übrigens Band 5 bis 8 bestellt habe, meine Freunde, das ist ja sehr interessant, dass du das gerade ansprichst, weil offensichtlich fand ich es ja gut, weil ich hab, äh, also Fire Punch kann man sagen, es ist, ähm, My Hero Academia für Erwachsene in besser, in brutaler, in, äh, weltkritischer. Was Fire Punch besser macht als Chainsaw Man, für den, für den Übergang vielleicht in, in dieses Genre, ist meiner Meinung nach, dass es dir von Anfang an seine Message und seine, seine, seine deeper Meaning eigentlich ins Gesicht drückt. Also Chainsaw Man entwickelt das erst nach drei Bänden, vier Bänden und Fire Punch kommt dir direkt um die Ecke damit. Deswegen kannst du, du kannst es gar nicht nicht verstehen. Also eigentlich geht es nicht. So, ja, muss man sagen an dieser Stelle. Chainsaw Man kannst du sehen als ein flaches Action, also als ein flaches Action-Massaker. Wenn du tiefer blicken willst, dann siehst du es. Äh, Fire Punch hält es dir direkt in die Fresse, was Fujimoto so drauf hat. So würde ich sagen. Was sind deine drei Übergangsempfehlungen für seinen Anfänger? Also, lass mich mal kurz nachdenken. Äh, ich sage, womit du anfängst, um in Sennen reinzukommen, ist, lass mich mal kurz in mein Regal schauen, ist Steinskate ein Sennen? Nee, ne? Doch. Ja? Steinskate, würde ich sagen, ist, äh, absolut, ich habe nur den Anime gesehen, ich habe den Manga nicht mal gelesen, es ist, glaube ich, auch eigentlich ein Spiel und kein Manga, hat mir Ontan gesagt. Es ist ein Spiel, ja. Und es hat erstens eine sehr gute deutsche Synchro, es ist in, glaube ich, auch 25 Folgen oder so abgefrühstückt und es hat ein Ende, wo ich bis heute noch weiß, dass ich, ich glaube, ich habe geheult, aber es ist auch schon lange her. Also, es ist echt gut. So, also, und es ist eine Story, die ich nicht empfehlen würde, wenn ihr die ganze Zeit irgendwelche krassen Kampf-Szenen wollt, weil die gibt es da gar nicht, original gar nicht, aber es ist ganz gut, um sich einzustimmen, dass man in weiteren Szenen das auch nicht haben wird und trotzdem ist es nicht zu brutal, sag ich gar nicht brutal, ist aber erwachsen von der, von der Philosophie und von der Erzählstruktur her, aber ist von der Optik her noch eher in einem schonen, würde ich sagen so. Yes. Und von der Leichtigkeit vielleicht teilweise. Ähm, dann würde ich auch mit Firepunch gehen, aus den gleichen Gründen wie Ontan, weil es dir von Anfang an, also da kriegt ihr eure Kämpfe, so, also da kriegt es geile Kämpfe, du musst halt mit dieser, mit diesem, mit dem Trope, äh, irgendwie was anfangen können, dass die Leute ihre Fähigkeiten haben und, äh, ne. Und vor allem brutale Kämpfe. Ja, sehr brutal, also sehr, schon, wenn ihr nur den ersten Band lest, sieben Euro, glaube ich, zieht ihn euch rein, ich werde nicht gesponsert, damit würde ich das sagen, äh, der endet schon irgendwie echt brutal, also, da fliegt auch das eine oder andere Körperteil, sagen wir es mal so. Ähm, und, also ja, Firepunch, definitiv meine zweite Empfehlung, um in Empfehlungen, um in das Genre überzusiedeln und trotzdem, 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 sag ich, ey, ich schwank gerade in meinem Kopf zwischen Monster und 20th Century Boys, hilf mir mal, weil ich, ich sag, ich sag, Monster ist der, äh, rundere, also, ich sag 20th Century Boys, weil das ist spannender. also, das huckt früher, die Mysterie und so. 20th Century Boys hat mehr, äh, Momente, die schonen Liebhaber vielleicht eher brauchen, nämlich so, Boom-Momente mit, äh, Robotern und, äh, explodierenden Menschen, das hat Monster nicht und Monster-Filter, fehlt da vielleicht so ein bisschen. Der Monster ist subtil, krass, aber nicht offen in die Fresse, krass, deswegen 20th Century Boys und, äh, hat übrigens den, äh, 20th Century Boys hat den besten Antagonisten in ganz Ani Manga. Und dann so, oh, ich muss dagegen halten und ich so, nein, nicht in dieser Folge. Nein, nein, darüber diskutieren wir jetzt nicht. Das wird auch ausufern. Weißt du, was, was wir noch sagen müssen? Leute, weil, ihr könnt euch gleich darauf einstellen, wenn ihr in die Sinen-Welt eintauchen wollt, das ist nicht wie bei Shonen, wo dir in der ersten Folge oder in den ersten 5 Minuten die komplette Story erklärt wird und du erfährst, wie das enden wird, so typisch, äh, Piratenkönig, Hokage und so, weißt du so, Shonen haben immer so ein Gerüst, das komplett voraussehbar ist und das hat auch seine Vorteile, aber bei Sinen müsst ihr damit rechnen, dass ihr teilweise länger braucht, um in eine Show reinzukommen. Es passiert oft, dass ihr 5, 6, 7, 8 Kapitel denkt, ich weiß gar nicht, ob das mir taugen wird. Das ist sehr, 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 sehr gering geschätzt, also, 20th Century Boys, 20th Century Boys hat mich gehuckt in Band 2, der Perfect Edition, das heißt, das ist eigentlich Band 3 oder 4 des Mangas, am Anfang dachte ich mir, da muss ich sagen, ich finde Monster huckt schneller als 20th Century Boys, aber 20th Century Boys huckt dann krasser, also, ist meine Empfindung, ich finde 20hook besser, weil ich finde, ganz, ganz kurzer, wird euch nichts versauen, aber ein kleiner Mini-Spoiler, das Ende vom ersten Band Monster, da ist eine Nachricht an ein Ding geschmiert. Okay, du weißt, was ich sagen will. Und ab da guckt es komplett und das passiert aber schon nach zwei Bänden des Mangas und bei 20th Century Boys passiert der Moment, ist, glaube ich, bei mir ist der Moment gekommen, als ein Charakter gestorben ist, recht am Anfang und dann der Hauptcharakter darüber informiert wurde und die Story so fahrt aufgenommen hat und ich glaube, das hat Talents ja ein bisschen länger genauert als bei Monster, aber ich bin mir gerade auch nicht so sicher. Ich glaube, ein paar Kapitel, aber ... Das erste Kapitel hat aber schon diesen riesen Roboter geteased. Ja, aber da musst du Roboter mögen. Ja, ich mag Roboter. Ich bin Roboter okay, aber ... Ach ja, ach ja. Ihr fragt euch jetzt, warum reden die beiden nicht über Berserk? Ich meine, das ist sowohl meins als auch und dein Sieblingsmanga und es ist ein Sane. Aus genau diesem Grund, dass Berserk lange braucht, um jemanden zu hooken. Bis du ... Also, bis du überhaupt verstehst, warum Guts das Ziel hat, das er hat, musst du halt auch erst mal 86 Kapitel lesen und das ist halt ... Also, erstens, du fängst an zu lesen und dann bist du erst mal komplett reingeworfen in diesen Black Knight-Ark und du checkst gar nichts, außer, dass der irgendwie in der ersten Seite gleich Sex mit einem Dämon hat und du denkst, der Head ... Cold Opener, alles. Es ist so ... Du bist so krass reingeschmissen, wie keine Ahnung was. Also, du checkst aber einfach gar nichts. Deswegen geht das sogar so weit, dass in meinen, als ich angefangen habe, besorgt zu lesen, haben mir Leute in den TikTok-Kommentaren empfohlen, den ersten Arc erst nach dem Arc danach zu lesen. Das sagen viele, ja. Aber ich sage das nicht, weil ich sage, es ist krasser, einzusteigen, wie es sein soll und danach zu erfahren, warum es so ist, wie es da war. Das finde ich im viel besseren Moment. Aber kann jeder machen, wie er will. Und eine Sache möchte ich noch klarstellen, weil Leute dann immer direkt denken, wenn man sagt, man findet was besser, dass man das andere scheiße findet. Wenn ich Ontan sage oder wenn ich euch sage, der Freund ist der beste Antagonist von ganz Animanga, dann heißt es nicht, dass ich Johann Liebert oder Griffith schlecht finde. und wenn Ontan und ich diskutieren, dann sind wir auf einer Ebene vom Niveau her, über was wir da diskutieren, dass die Abweichung teilweise 0,01 Prozent ist. Das heißt, wenn ich mit dem falschen Fuß aufstehe, kann ich auch Griffith besser finden oder Johann. Das ist wirklich, da reden wir über Meisterwerke, die einfach nur noch, die so perfekt sind, dass sie nur noch auf Meinungen basieren. Und das ist nur subjektiv. Ich finde halt vielleicht die Maske vom Freund cooler. Und daran scheitert es dann schon. So, weißt du? Ja. Was ich noch sagen wollte, so, du hast ja auch im schonen Bereich sehr, sehr brutale Sachen, die halt übelst aus der Reihe tanzen. Wie wir vorhin schon gesagt haben, Chainsaw Man, Attack on Titan. Chainsaw Man ist easy, so brutal wie Berserk. Ja, von der Brutalität her, safe. Ja, ganz ehrlich. Ich finde auch von der Komplexität des Chainsaw Man absoluter Seinen. In diesem deeper Meaning einfach. Ich finde auch nicht, dass es ein schonen ist, aber ich habe das ja nicht zu definieren. Also für mich ist das kein schonen. Was ist das? Evangelion ist auch tatsächlich ein schonen. Das ist verrückt. Death Note. Und zum Beispiel Death Note safe. Death Note ist, ah, nee, ich korrigiere mich. Ich korrigiere mich bei meinen Top 3. Nehmt Fire Punch raus und nehmt Death Note rein, weil Death Note ist ein schonen, der auch keine Kämpfe hat und der aber trotzdem sehr spannend ist und der euch dran gewöhnen könnte, Sachen wie Monster und so zu, oder 20th Century Boy zu feiern, weil es ist das Gleiche. Genau da gibt es auch keine Kämpfe. Nur bei Urasawa und das mag ich persönlich bei Urasawa so gerne, voll wenig mit übernatürlichen Kram und so, sondern meistens irgendwie logisch erklärt und das feiere ich halt. Und Death Note führt euch perfekt auf den Weg von, nehmen wir alle eure richtigen Shows Naruto, dann guckt ihr Death Note und danach lest ihr Monster. So könntet ihr es machen, weil das holt euch perfekt auf ein Level, wo ihr erstmal drauf für ankommen müsst. Äh, was ich noch sagen wollte, Fire Punch, jetzt kommt's, Fire Punch ist ein Shonen. Wusstest du das? Nein, echt? Ich schwör's dir, Fire Punch ist ein Shonen. Aber das steht drauf, ab 18, auf meinem Manga. Ja, in Deutschland halt. Ja gut, du hast recht, die Japaner. Bro, in Japan, ganz anders, da schauen die dreijährigen Demon Slayer, das erklärt auch, warum die sich alle umbringen wollen. Ja, crazy. Aber krass, gell. Also die Demografien, die reichen so weit, Alter, also die Genres besser gesagt, die reichen so weit, das ist krass. Du hast wirklich absolut brutale Shonen und absolut weiche Signen und so. Es gibt alles, aber wir, selbstverständlicherweise, reden wir gerade so über den Durchschnitt von beiden, wenn wir das vergleichen. Und jetzt sind wir ungefähr bei der Hälfte dieser Folge, würde ich sagen, ankommen vielleicht auch bei einem Dreiviertel, je nachdem, wie lang wir heute machen. Und da würde ich jetzt gerne die restlichen 10 Minuten oder 15 Minuten oder was auch immer nutzen, damit uns nicht jeder hasst, aufzuzählen, warum Shonen seine Daseinsberechtigung hat. Boah, geil, hab ich Bock drauf. Ja, mach du das mal, weil ich seh das nicht so. Spaß. Ich seh das auch so, aber Spaß. Shonen hat seine Daseinsberechtigung, weil du mit dem Shonen-Genre sehr viele Dinge weglassen kannst in Geschichten, die die Sache zwar realistischer und besser erklärt machen, aber auch gleichzeitig zäher. Das bedeutet, wenn bei Shonen jemand mit einem Schwert einmal durch den Körper geschnitten wurde, dann ist er manchmal nicht halbiert. Das passiert sehr oft. Nein, 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 nein. Also wie oft kriegen, haben Dragon, also wie oft habe ich einen Dragon Ball heute mit Loch im Bauch gesehen? Aber das ist scheißegal. Die haben einfach ein Loch im Bauch. Das ist Shonen-Logik und das ist cool, weißt du, das ist eine eigene Logik. Das ist wie das Super Mario Ziegelsteinblöckchen mit seinem Kopf anjumpt und die gehen kaputt. Das ist einfach eine andere Welt. Spannend, weil jetzt, wo ich gerade 20th Century neu gelesen habe, kann ich verifizieren, ihr könnt davon ausgehen, dass wenn in einem Sane jemand abgeknallt wird, dann ist er tot. Also, da gibt's nicht. Ich wurde eigentlich gar nicht abgeknallt oder das hat mir nicht wehgetan. Ich bin übernatürlich. natürlich, wenn dir in den Kopf geschossen wird, wurde dir in den Kopf geschossen. Und das hat auch die Auswirkungen, wie wenn man dir in den Kopf schießen würde. Es ist nicht so, ist eigentlich nicht passiert. ja. Meistens ja. Also, vor allem Sane arbeiten ja auch viel mehr mit echter menschlicher Physik. Dann gibt's dann immer die Ausnahmen, wie, das ist jetzt kein Sane-Beispiel, aber zum Beispiel, dass man sich in Firepunch regenerieren kann oder so. Weißt du, wie ich mein? So ein Arm ist abgeschnitten. Ist ja aber auch ein kompletter Trope von der Geschichte. Ist dann ein Trope. Ist ja quasi eine Teufelsfrucht. Genau, du behältst die Gefahr bei von menschlicher Zerbrechlichkeit, was Shonen ja oft nicht haben, sondern übernatürliche Physis, aber hast trotzdem noch die Chance, dass dein Main-Character nicht tot ist, obwohl du es so aussehen lässt und so. Das ist auch immer so ein schönes Zwischending. Wie bei Attack on Titan, da können auch Arme abgeschnitten werden und es fühlt sich echt schlimm an. Aber geil erklärt. Aber es wird geil erklärt, wie der Arm wieder zurückkommt. Wirklich geil erklärt und was man auch sagen muss, warum Shonen allein schon ihre Daseinsberechtigung haben, ist, weil sie natürlich das komplette Manga und Anime-Marketing und diese ganze Welt mit sehr viel Geld versorgen. Das heißt, unsere Lieblings-Animationsstudios, die was weiß ich, vielleicht auch mal den geilen Seinen machen in Zukunft, oder jetzt Chainsaw Man bei Mappa, die könnten das vielleicht gar nicht machen, wenn sie vorher nicht irgendwelche Shonen-Sachen animiert hätten und abgegangen sind, durch die Decke gegangen sind, weil das bringt halt auch einfach viel Geld und du erreichst viele Leute mit dem Medium. Und ich denke, wenn du jüngere Leute von dem Medium Manga-Anime überzeugen willst, ist ein Shonen einfach viel besser als ein Seinen. Ey, ich finde vor allem, weißt du, was das krasseste Pro-Argument für Shonen ist? Dass Shonen absolute Standalone sind. Du kannst Seinen, kannst du mit Hollywood vergleichen, mit K-Dramas und so, weißt du, wie ich meine? Das ist viel mehr wie die Filmwelt oder die Serienwelt oder sowas. Du kannst das viel mehr vergleichen. Und Shonen kannst du gerade noch so mit Cartoon irgendwie vergleichen, weil es ist sowas eigenes, dass es... Ich finde, Shonen kannst du vergleichen mit Superhelden. Oder mit, genau, das geht auch noch, so mit Marvel und so. Aber obwohl ich da trotzdem finde, dass das voll krass unterschiedlich ist, weil Superhelden schon so auf dieses Superhelden-Ding zentralisiert ist, während du bei Shonen auch voll die Facetten hast. Weißt du, da hast du die Ninjas, dann hast du die Piraten, dann hast du die, dann hast du die Roboter und so. Weißt du, was ich meine? Also es ist voll was Eigenes. Dann hau doch jetzt einfach mal noch zum Ende der Folge eine Meinung raus, einen Hot Take oder einfach nur eine Meinung. Welcher ist denn der Beste der Big Three und warum? Warte mal, ich hau erstmal einen anderen Hot Take raus für dich, um dich zu triggern. Halt bloß... Alice in Borderland ist ein Shonen und es ist der beste Shonen, der je geschrieben wurde und Alice in Borderland ist besser als Monster. Was hast du gesagt? Moment, ich muss mich leise machen, ich übersteuere sonst. Was hast du gesagt, Digga? Okay, warte, warte, ich gebe bei der Shonen-Sache mit, weil es ist halt das Genre. Ich kenne nur die Netflix-Serie, ich habe das nicht gelesen. Du musst den Manga lesen, der ist schon fertig. Zwei Bände, glaube ich, oder? Nein, nein, der hat insgesamt, keine Ahnung, 20 Bände oder so. Digga, nein, also... Du musst ihn lesen. Du sagst, jetzt muss ich ihn wirklich lesen, wenn du so ein Stand-Band aussetzt. Jetzt muss ich ihn ja lesen, Digga. 20, äh, Ding, Alice in Borderland Burnt Monster weg. Alice in Borderland ist der Shit. Nein, nein, warte, 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 warte. Du hast in deinem Kopf eine Manga-Liste. Was deine Lieblings-Mangas sind? Wo ist der? Fünf, Berserk ist eins? Berserk ist eins, Punpun ist zwei, 20 Centipro Boys drei, was ist denn vier? Drei, dann kommt Vagabond und dann kommt Alice in Borderland und ich sag dir, wie es ist, ich verstehe vollkommen, wenn jemand Alice in Borderland vor Berserk stellt. Verstehe ich vollkommen. Jetzt muss ich das lesen, Digga. Gibt's auf Deutsch? Es ist, äh, nein, leider nicht. Es ist, es ist No Jock, es fühlt sich null an wie ein Shonen. Es ist eigentlich eine Frechheit, dass es ein Shonen ist. Das, ich glaube das bis heute nicht, aber es ist so. Und es ist der Geistische überhaupt. Was würdest du denn als Manga-Enjoyer zu der Netflix-Serie sagen? Weil ich hab die damals vor zwei Jahren mit meiner Frau geschaut, als sie rausgekommen ist und wir fanden die beide wirklich gut. Überraschenderweise, wir fanden die gut. Also von der Handlung her. Sie ist cool, aber hat nicht viel mit dem Manga zu tun. Also es wurde sauviel geändert, richtig viel. Die Sachen, die du scheiße fandest, war eine Manga besser. Wirklich? Oh Gott, Unterneut. Und der Manga ist dreimal so lang ungefähr. Du musst ihn von vorne lesen. Du kannst nicht einfach nach der Serie zum Beispiel einsteigen. So anders ist der Manga zur Serie. Und ich fand die Serie auch sehr gut. Ist das so eine Sache, wo wir aber auf einer Ebene sind, wo ich dir auch argumentieren könnte, dass Monster besser ist und du es verstehen würdest oder würdest du da gar nicht mit dir reden lassen? Ja klar, das ist ganz oben. Das ist diese Peak, wo alles ... Das ist einfach nur persönliche Präferenz dann am Ende des Tages wieder. Ja, also ich finde bei Alice in Borderland keinen einzigen Kritikpunkt und Alice in Borderland geht in Richtungen, die sind ohne Scheiß, du kannst dir nicht vorstellen, dass das ein Mensch erschaffen hat, diese Geschichte. Stell dir einfach vor, diese Intelligenz von L aus Death Note, aber 50 Charaktere, die sich gegenseitig auseinandernehmen. Ja, ich bin gerade schon auf Amazon im Stall. Ich mach's mal auf die Wishlist. Oh Gott, jetzt muss ich mir das ja wirklich reinziehen. Henna. Ja, musst du eigentlich. Also es ist halt wirklich einfach so Peak Fiction. Warum haben eigentlich die Spanier das immer schon, aber die Deutschen noch nicht? Naja, egal. Okay, aber jetzt kannst du, nachdem du mich so ins Nirvana getriggert hast, eigentlich deinen besten Big Three-Dings ... Ah, okay. Also für mich ist One Piece der beste der Big Three und zwar, weil One Piece außerhalb von Kämpfen und den typischen Shonen-Dingern einfach noch viele kleine Geschichten hat. Es ist so eine schöne Collage aus allem, was man an Shonen liebt. Es ist gigantisch und das ist cool, weil du halt in alle Richtungen blicken kannst und du findest was. Irgendwas wird dir auf jeden Fall daran gefallen. Sei es der Charakter, sei es der Charakter, sei es der Arc, sei es der Trope, so dieses ganze Zeug eben. Und ja, wie gesagt, diese Mystery finde ich so geil an One Piece. Dieses Miträtseln, dass so viele Leute dabei sind, diese gigantische Community. Für mich ganz klar der beste der Big Three, aber haben alle ihre Vor- und Nachteile. Ich finde, die sind alle sehr nah beieinander dran. Platz zwei wäre bei mir Bleach, weil Bleach einfach alles hat, wofür Shonen steht und seinen eben nicht. Du hast wenig Erklärung, wenig Story, dafür geile Charaktere. Die sind alle absolut cool. Es geht schnell, es gibt krass coole Kämpfe die ganze Zeit und wenig Text, viel Action, viel Pacing. Meiner Meinung nach das, was man in Shonen sucht. Und am Ende eben Naruto, was auch sehr viele geile Sachen an sich hat, was gute Backstories hat, gute Antagonisten und für mich auch die besten Kämpfe der Big Three, was natürlich auch so ein Shonen-Ding ist. Na klar, Kämpfe sind wichtig. Alle drei top, alle drei machen Spaß. Ich bereue es, keinen einzigen davon gelesen. Ich bereue es. Ich bereue es, keinen einzigen gelesen zu haben. Ich bereue es nicht, einen einzigen gelesen zu haben. alle gelesen zu haben. Krass. Ja. Alle cool. Coole Schone. Ja, krass. Also ich muss sagen, ich habe Bleach nie gelesen und nächstes Hot Take, ich habe es auch nicht vor. Also ich habe nicht vor, Bleach zu lesen. Nicht in nächster Zeit, vielleicht irgendwann mal, aber es gibt viel zu viele Sachen. Jetzt ist ja auch noch Alice in Borderland dazugekommen. Also da, um jetzt auf den Titel der Folge hinzuführen, dass ich jetzt ein Shonen anfange, da muss der mich auf eine andere Weise, da muss was passieren. Da muss das sich anfühlen wie ein Seinen. Da muss das einen Grund haben. Also anscheinend ist Firepunch ja schon, also habe ich es gemacht und ich lese auch One Piece, weil ich das halt geschenkt kriege und dann muss ich es machen, weil ich einfach so ein schlechtes Gewissen habe. Aber ich habe sowohl Hunter x Hunter abgebrochen als auch Boku no Hero, weil ich Hunter x Hunter beispielsweise sehr geil fand, aber Ach, Shaman King habe ich auch abgebrochen, weil ich nicht, ich habe, also ich will meine Zeit anders nutzen, sagen wir es so. Und das ist nicht böse gemeint oder wertend, aber es ist für mich nicht, ich will keine seichte Unterhaltung gerade und von den Big Three am besten, ja, da gehe ich objektiv wahrscheinlich mit One Piece mit, weil ich kenne ja Bleach nicht. Vom Feeling her, also vom Gefühl her, auch wenn ich weiß, es ist keine Argumentationsstruktur und das würde ich nicht so argumentieren, würde ich sagen, es ist trotzdem Naruto, weil ich mit Naruto glaube ich einfach die nostalgischsten Sachen verbinde, weil ich es kennenzulich zwölf bin. Also das ist einfach, wenn du da, also ich weiß noch damals, als es nicht weiterging auf RTL 2 und Shippuden gab es auch noch nicht, aber es gab es schon in Japan und dann habe ich online den Manga gelesen und der ging dann gerade bis zu Deidara gegen Sasuke und das war ein Kampf, also da habe ich jede Woche geguckt und als der dann geendet ist, war ich so, also Naruto hat mich mit den Kämpfen weggehauen, also wirklich, Naruto hat mich, das hat den schlechtesten letzten Art, den ich jemals gelesen habe, überhaupt in meinem ganzen Leben, aber ich habe auch jetzt noch nicht so viel Mist gelesen, aber vom Feeling her, was ich damit verbinde, wahrscheinlich Naruto, weil es hat auch meine Lieblings-Schonen-Charaktere einzeln so hervorgebracht, also so Itachi beispielsweise, mag ich sehr gerne, Deidara mag ich auch sehr gerne, so finde ich Konzept mega cool irgendwie, keine Ahnung, also Aber feierst du so übernatürliche Fetzereien eigentlich noch, so als erwachsener Mann? Man muss halt dazu sagen, das ist eine Sache und da lehne ich mir jetzt weit aus dem Fenster, das ist eine Sache, die macht mir, wenn ich es als Manga lese, absolut keinen Spaß, also wenn dann eigentlich, wenn ich es halt animiert sehe, weil dann vielleicht, aber als Manga ja, also ich finde zum Beispiel mein größter Kritikpunkt am Berserk ist, wenn es richtig zur Sache geht, kampfmäßig, weil ich nichts mehr erkenne, also ich erkenne nichts mehr, es ist nur noch grau, so weißt du, vielleicht bin ich alt, keine Ahnung, also ich denke immer, also ich persönlich bin auf einem Level inzwischen, wo ich mir bei fast jedem Manga, den ich lese, denke, wenn es Kämpfe gibt, die könnten ruhig ein paar Seiten kürzer sein und ich will wieder zur Story zu kommen. Krass, krass, okay, ja dann, dann ist Shonen für dich wahrscheinlich gestorben, also lass dir da nichts einreden, dass du da krass was verpasst, da gibt es die Hochgeräte, aber, da gibt es ja, das ist ja auch einfach eine persönliche Sache, das kann ja für jeden anders sein, so weißt du, und ich persönlich bin so, deswegen liebe ich Urasaba wahrscheinlich so sehr, weil da gibt es keine Kämpfe, das heißt, ich liebe Asadora, wird auch ein krasses Ding werden, Pluto wird bestimmt auch geil, so ich, immer, bei One Piece ist mir das ganz krass aufgefallen, ich bin jetzt Stand Enis Lobby durch, so, ne, und mir ist ganz krass aufgefallen, dass ich finde, Enis Lobby ist bis jetzt der beste One Piece Arc, so, finde ich, so, Water 7, Enis Lobby ist für mich so ein Arc, kann man schlecht differenzieren, so, safe, und immer, wenn die gekämpft haben, Ruffy zum Beispiel gegen diesen, äh, Typen, wie heißt er denn, dieser, mit der, Rob Luki, dieser Leuchy, ja genau, da habe ich immer gehofft, es geht schnell vorbei, weil ich möchte wissen, wie es weitergeht mit der Story, weil ich die Story viel spannender fand, um Nico Robin und so, als die Kämpfe mir reinzuziehen und eigentlich hoffe ich einfach immer, dass die sich schnell aufs Maul hauen, damit es weitergeht, so, das ist mein Problem. Aber, aber zum Beispiel jetzt, wenn du auch Comics einberechnest, gibt es keine Show, wo du Kämpfe krass findest? Wo du so sagst, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel, boah, Alter, das kann doch nicht sein, man, so ein gepflegtes Haikyuu Volleyball Match, Alter, ist doch geil, real talk, ich gehe jetzt, ich gehe in diese Kerbe und das kannst du nicht fühlen, es gibt zwei Shows, drei, es gibt drei Mangas, wo ich sage, Kämpfe können länger sein, so, als, als Story, so, der erste ist Dragon Ball, weil Dragon Ball, ist für mich seine Kämpfe, so, die sind so, krass gezeichnet, die sind gleichzeitig so simpel und so actionreich, dass es verrückt ist, die sind einfach immer eine Hälfte, einfach krass gezeichnet, simpel und actionreich, das nächste, Fire Punch, weil Fire Punch, da bist du einfach sehr krass drauf, äh, was sind die nächsten Tropes und, äh, wie, 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 was geht ab, so, vor allem der Payoff, so, und Chainsaw Man, auch bei Chainsaw Man, hatte ich nicht ein einziges Mal das Gefühl, okay, der Kampf muss aus sein, damit die Story weitergeht, aber bei Chainsaw Man dachte ich mir, ach du Scheiße, was ein Gefetze, geil, also, die drei haben es geschafft, dass ich gesagt habe, okay, aber dann, du siehst ja, das sind alles drei Werke, die auf ihre Weise, die auf ihre Weise ein so hohes Level an Kampf haben, dass ich nicht mal sagen würde, dass, dass das normal ist und ich würde vor allem nicht sagen, dass jeder Manga oder jeder Schonend das bieten kann, so, und das ist halt, äh, das ist der Punkt, ich finde bei One Piece zum Beispiel, also, ja, die One Piece Fans werden mich immer haten, wenn ich irgendwas dagegen sage, aber die One Piece Kämpfe sind nicht so gut, die sind nicht so krass, also, die sind eigentlich, ja, keine Ahnung, ja, und Naruto hat bessere Kämpfe als One Piece, sage ich dir, wie es ist, und selbst Naruto, selbst Naruto hat Bullshit Kämpfe, also, ja, egal, aber ohne Scheiß, es gibt sehr viele Shows, die halt wirklich voll von ihren Fights leben und sowas, ich glaube, du hast sie einfach noch nicht entdeckt, also, das gibt's, gibt's auf jeden Fall, okay, aber würdest du sagen, vielleicht sieht man das unterschiedlich, würdest du sagen, Berserk lebt von seinen Fights, weil ich würde sagen, nein, der einzige Fight, der einzige Fight, wo ich sagen würde, das, darauf fieber ich hin, ist Griffith gegen Guts. Alter, du kannst mir doch nicht erzählen, dass der Rosin Fight nicht unnormal krass war, ich sag dir, die sind alle krass, aber ich hab's mehr enjoyed, wenn nicht gekämpft wurde, weißt du, also, das ist ja immer so, die Kämpfe sind Überbrückung für die Payoffs und für die Spannung und sowas. Oh, warte, Berserk ist mit seinen Kämpfen gegen Ende viel, viel besser, als noch zu Beginn, meiner Meinung nach. Also, ich liebe alle Berserk-Kämpfe, jeden Einzelnen. in dem Moment, kurzer Mini-Spoiler, wo Guts seine Armor kriegt, ist es einfach nur noch, dann hab ich auch jeden Fight gerne gelesen und es war einfach nur enjoyable, weil da war's so, Alter, Alter, so, weißt du, da hat's dann das Chainsaw Man-Level erreicht von seinen Kämpfen her, würd ich sagen. Alter, ich find die Berserk-Fights alle besser, als die Chainsaw Man-Fights, Ich kann, nee, da kann ich erst mitgehen, in dem Moment, wo Schilke dabei ist, beziehungsweise, wo er dann sein, weil das Problem einfach ist, dass ich finde, die Chainsaw Man-Fights sind besser gezeichnet. Du hast so eine unpopular Opinion, was Fights angeht, Alter. Ey, ich sag's dir, wie's ist, die Berserk-Fights sind krasser vom, vom, äh, Dinge her, passiert, so, die sind eine Nummer drüber, vom Impact, ja, und auch, Digga, dieser eine epische Moment, äh, wo Guts dann auch den Namen 100 schlechter kriegt, ich muss gar nicht drüber reden, das ist heftig, und das ist gar, das ist gar kein, kein, äh, kein krasser Monster, taucht auf, du weißt, was ich sagen will, so, ne, das ist einfach heftig, so, vom Impact her, aber ich find Chainsaw Man-Cleaner gezeichnet, ich, ich, ich find's geiler zum Angucken, mhm, so, das ist, und bei Fights geht's mir hauptsächlich ums Angucken. Aber ohne Spaß, ich, ich find, du hast noch keine Show gelesen, vor allem im Manga-Bereich, wo die Fights richtig krass sind, außer Naruto, und ich find die jetzt auch nicht so krass. Sag mir, den Manga mit den krassesten Fights überhaupt. Jojo. Ja, das lese ich ja gerade. Aber, Jojo-Fights sind ein bisschen mehr so textlastig und so, also das, das ist dann schon so Death Note-Vibes teilweise, weißt du, Mindgames. Okay, wie lang dauert's, bis ich an einem Punkt in Jojos komme, wo ich mit dir darüber reden kann, ob das so ist. Boah, noch ewig. Also, Part 3 hat jetzt in Deutschland erst begonnen, mit dem ersten Band, und Mitte Part 3 kann man sagen, jetzt ist Jojo ungefähr das, was die Leute an Jojo so lieben. Also, Jojo hat einen richtig Slow-Start. Okay, ich bin gespannt, Jojo ist ja gerade, lese ich gerade, bin gerade fast mit Part 1 durch. Also, Jojo lebt von den Kämpfen. Jeder Kampf ist so seine eigene kleine Welt und seine kleine Story und so. Wild. Ich bin gespannt. Wie findest du die UGO-Fights? Ich hab den Manga nicht gelesen. Ich hab nur in Anime geschaut. Und da, ja, es ist, also, Yu-Gi-Oh-Matches leben von ihrer Dramaturgie und nicht von ihrer Action, ne, logischerweise. Ja, ich find im Anime, ich weiß jetzt nicht, wie so ein Manga ist, da ist es mir ein bisschen zu viel, ähm, im richtigen Moment zieht Yu-Gi die Karte, die er braucht und so. Das ist, das finde ich, das ist halt, aber das ist, was schonend ist. So, ne? Und das ist zum Beispiel mein größter Kritikpunkt an Naruto, dass er seine heftigsten Enemies einfach besiegt, indem er mit denen redet. Das kotzt mich richtig an. Also, das ist, das war einmal cool und das war bei Pain. So. Und da war es aber wenigstens irgendwie relatable. Aber es ergibt gar keinen Sinn, dass er dann mit Obito, ach egal, komm. Aber wenn du, wenn du Fujimoto-Fights magst, was ja meiner Meinung nach eher so typische Hollywood-Fights sind, weißt du, Chaos, Action, Explosionen, schnell. Geil. Äh, dann, dann wirst du Guns-Fights lieben. Weil Guns lebt von seinen Schlachten, kann man sagen. Für mich lebt Guns von Yuzo-Line. Alter, du musst Guns lesen, man. Ohne Witz. Für mich. Du sagst mir, wie viel soll ich noch lesen? Alice in Borderlands, Guns, dicker, wann soll ich das alles machen? Alles, alles klar. Alice in Borderlands, Fights, das sind ja auch keine Fights, das sind mehr Mindgames, auch 10 von 10. 10 von 10, das ist so geil, Alter. Ja, krass. Ich finde, das ist eigentlich ein sehr guter Punkt, um aufzuhören. Wir haben wieder am Ende ein paar gute Unpopular-Appliance gedroppt. Bitte hast dich, Leute. Ich bin einfach nicht so, ich bin einfach nicht so der Kämpfe-Fan, was soll ich sagen? Voll interessant, Alter. Deswegen ist ja auch, das ist ja auch der Grund, warum, das ist der Grund, warum Urasawa mein Lieblings-Mangaka ist, muss ja einen Grund haben. Aber weißt du, was ich finde? Das ist, das ist auch so eine Sache, Alter, äh, du kennst ja diese Leute, die immer denken, warum feiert überhaupt irgendwer Animes und so, was ist das für eine Scheiße, was geben die sich da alle, diese Freaks und so. Das ist, ich finde das krass, wie hart du in Shonen reinwachsen musst. Ein erwachsener Mann, der Shonen nicht so aufgesaugt hat, der wird, glaube ich, auch schwer, äh, davon überzeugt zu sagen, Alter, das macht übles Bock, diese Kämpfe und so. Weißt du, ich meine, ich finde, da muss man schon ein bisschen reinwachsen. In diese Liebe zu diesen absurden Fights und so. Safe, safe. Da hast du recht, ja, das ist, aber ich bin ja damit aufgewachsen. Also das Erste, was ich ja gesehen habe, war, äh, Son Goku und Piccolo gegen Raditz, glaube ich. Und das ist, das ist schon, also das ist, also du musst ja auch erst mal, du bist sieben und siehst, wie der eine den anderen festhält und dann durchbohrt wird von so einer Höllenspirale, das ist schon verrückt. Also, oder auch Piccolo, Digga, der, der, der kotzt sich selbst als Ei aus, was ist das? Also, aber würdest du das heutzutage noch feiern? Also ich würde es voll feiern. Ja, das würde ich noch feiern, ja. Aber, okay. Da kommt es bei mir sehr stark aufs Pacing an. Also ganz oft gehen, also bei One Piece ist das Problem für mich, dass die Kämpfe einfach teilweise zu lang sind und dafür passiert zu wenig Krasses. So, die sind auch nicht so stark. Ja, die sind auch so vorhersehbar und so. Also One Piece kämpfe. es muss krasseres geschehen. also, ja. Und da muss ich sagen, da gehe ich mit, das Skype ja, also Enel hatte einen geileren Kampf als Water 7 und Enis Lobby für mich. Das fand ich richtig langweilig. Finde ich kann man auch sagen. Ja. Der Kampf an sich hat eine gute Choreo und so einen Bock gemacht. Ja, ich fand einfach, dass Enel gegen Ruffy einfach allein wegen der, wegen den Chops geil war, dass der eine aus Gummi ist und der andere halt Strom benutzt. Das war einfach genial. So, also, keine Ahnung, aber. Gut, Leute, was ist eure Meinung dazu? Schroren oder Sane? Yes. Äh, bitte wünscht uns nicht den Tod und, ähm, wir sehen uns, hören uns dann nächsten Samstag oder wann auch immer. Wir haben die Zeit noch nicht definiert, aber ihr werdet es mitkriegen. Ciao, Leute, haut rein.